Ein herz erfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Overwatch, zusammen mit NFS. Hallo. Gamefreak ist im Gegnerteam, wir hassen ihn. Mann, fertig jetzt. Wihihi. Wieso macht der kein Speedboost, der Luz? Danke. Ich wollte gerade sagen, haben wir keine Lust mehr. Yo, die Tracer macht mich instant. Boah, voll in den Unterbauch geschossen. Da lag so ein toter McRee gerade vor mir. Ist das normal? Oh nein. Mein Turm hält nicht lange, okay, nice. Scheiß Farrah. Ist Farrah weg? Wenn Farrah da ist, kann ich meinen Turm nicht aufbauen. Nein, sie ist doch da, alles klar, oh Gott. Nein! Oh, Farrah. Aber wir claim das Objective, dann ist das cool. Ja. Dieser For the Horde spielt leider auch gut, ey. For the Horde? For the Horde. Eiser tot. Okay, schnell, schnell da hoch, damit ich meinen Turm da aufbauen kann. Witti hat das Match verlassen. Das ist so, dass die Leute so schnell das Match verlassen, wenn die mal das Objective nicht sofort kriegen, so, ne? Pass auf. Oder wenn Mutti halt ruft, dass sie was zu essen brauchen. Mama! Ich spiel grad Overwatch! Ich kann grad nicht! Ich spiel Overwatch! Oh, hinter mir! McQueen! Woah! Wie knapp das war! Wie knapp das war! Wir haben keinen, ne? Wir haben keinen, ne? Oh! Ist das unserer? Wir haben keinen, ne? Und dann Entspannung. Warum krieg ich denn immer noch die Tipps? Spiel ich so schlecht oder was? LOL! Ach komm! Hört sich, ob man so zufrieden sein kann, wenn man... Bitte? Genji sagte eben, defend as one. The victory is you now. Ja. Alter. War Tracer. Uuuuh! Highlight des Spiels! Ich brauch Heilung. War Tracer! Oh, gewonnen! Hast du Highlight des Spiels mit der Ulti gehabt? Ja. Viel Kills gemacht. Also, es sei denn, es kommt jetzt nochmal irgendwas geileres, ne? Aber... Ich komm, mein Turm nicht einmal richtig aufbauen. We shall see. Brother. Empty your mind. Focus on the task at hand. Huh. Leave this to an expert. Five. Four. Leave. Two. Alone. One. Ground. Two. Capture the objective. Woah! Oh, Junkwet. Woah. Äh, Affe. Ja. Kein Problem für meinen Turm. Aua, aua, aua. Okay, Junkwet hat ihn gemacht. Aber ich hab den Junkwet doch gekillt. Ja, aber seine Granate flog noch nach. Aber wieso kriegen die denn jetzt den Punkt? Wir haben doch so gut aufgeräumt. Weil von uns alle tot waren. Ach, ey. Bis auf unser, unser Hanzo. So nicht, Fräulein. Oh, mein Gott war das krass. Boah, Goh. Das war knapp. Du bist fast zu den Minen von Junkwet gekriegt. Ach, easy peasy. Lemme squeezy. Wir haben doch genau gesehen. Oh, wie viel Schrott ist denn hier? Alter. Alter, Alter. War doch mal den Dings hier. Oh. 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 Oh nein, lass mein Turm bitte stehen. Lass mein Turm stehen. Lass mein Turm stehen. Lass mein Turm stehen. Nein, 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 nein. Ich will Q drücken. Ich will Q drücken. Ich will Q drücken. Nein, 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 nein. Q. Oh mein Gott. Ja, ich kann jetzt. Ich bin der S gespawnt jetzt. Oh mein Gott, das war gut. Oh, das war gut. Oh, das war sehr gut. Mein Turm. Der Reifen... Der Turm wurde vom... Äh, hat mein Reifen... Was? Der Turm hat den Reifen gemacht. Der Turm hat meinen Reifen gemacht. Der Turm hat meinen Reifen gemacht. ja ich weiß da tot so 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 eine waffe liegt hier warum dahin weil wir da eben noch alle waren ich komme zum schiff von recht ich komme ich hole mal schrott jetzt kommen sie von da ja ich hatte auch gerade angst der du sie aber da ich lege hier mal rüstung hin gamefield versteht nicht so ganz dass da ein turm schritt glaube ich die ulti vom rothop ja die ist so raus das fucking red camper was zu kämpfen wir haben doch keinen junk red weil wir team rot sind haben wir haben wir haben wir gewonnen also hätten die meinen turm weggemacht wäre das alles leichter gewesen für die das könnte ich auch kriegen mit dem turm das war ich play ok hast Glück gehabt ja das war gut ist ja rumgehüpft wie so ein häschen ein häschen boah zwei AP das ist aber auch lang gehabt als einer den schlag gedrückt hat es verloren das war der alte das machen können oh alle raus im gegnerteam ja finde ich vernünftig erster sieg des tages oder? ne ist noch gar nicht haben wir heute schon einen? ne erster sieg des tages ne haben wir nicht? ne ich habe ihn nicht ich habe heute morgen aber auch schon gespielt deswegen wahrscheinlich ne für mich war das erster sieg des tages also im spiel traveling to hanamura hanamura ah passt ja gut hanamura zweimal zwei minuten runden und dann jao guck mal die denken sich auf doppel rotak hat gut geführt doppel rotak hat super funktioniert ja gamefreak ist level 61 sucht du haben die großen sommerferien angefangen oder was? ja letztes kam bei mir die folge online äh ja ich dachte das wars jetzt äh wo wir gegen die sechs bastions gespielt haben fuck dieser mega und da habe ich ja bei dir ähm und da habe ich halt gesagt guck mal das sind jetzt so kitties die denken bastion wär op und es ist ja wohl klar dass wir das nicht ernst meinen dass das jetzt kitties sein müssen so weißt du hm und dann schreibt einer ja und das und weil das jetzt sechs bastions waren müssen das kitties sein weil äh just for fun kennst du nicht wa ist so boah junge alter die n ne understanding ne relationships ihr hat gar keinen spaß im leben ne ich hab keinen spaß im leben ...nie sarkasmus und ironie hab ich auch nicht drauf sarkasmus und irenie oder was hast du gerade gesagt europa ironie man ein Oh, Irini. Ja, Rotog ist leicht down. Oh, die haben Rotog und Reinhardt. Mein Gott, war das doof. Was hast du gemacht? Ach ne, das war der Hanzo. Ich dachte, das wäre ein Genschi. An der Sekunde, wo ich meine Rakete geschossen habe, bin ich gestorben und dann dachte ich, der Genschi... Wieso kann ich Hanzo da hinten nicht treffen? Weil er... Er steht in der Schutzarea. Da kann er rausschießen. Er kann rausschießen, der kann da nicht reinschießen. Das finde ich uncool. Ich auch. Aber was willst du machen? Schreib ein Ticket an Blizzard. Ja, mach ich auch. Mach einen Screenshot und schreib ein Ticket. Ticket. Oh, was? Die Rakete hat mich getroffen. Ich hab schon Abgang gemacht, wirst du da. Und war das nur ne Rakete, ich schieß die mal rein und hoffe, dass sie trifft. So richtig gezielt war die nicht. Rache. Wenn er die ganze Zeit in der Base halt campt, dann kriegt er aus der Routine. Okay, Reinhard ist da drin, okay. Wieso geht der denn wieder zurück? Direkt zurück, ey. Hast du die Böse angeguckt oder was war da los? Meine Rüstung ausgezoggt. Ach komm. Ist jetzt ein bisschen gemein, der Farrah gegenüber. Farrah gegenüber? Ja. Oh, was? Der hat mich gemacht. Der Hanzo ist hinter uns. Nee, Hanzo ist hier vorne. Ja, zählt das nicht als hinter uns oder was? Nein, weil er vor der Tür ist. Er hat mich ins Knie getroffen. Hanzo ist da. Wieso kriegt der 100%? Der hat mich doch im Knie getroffen, nicht im Kopf. Wir haben Genshin hinter uns. Der ist auf dem Weg zum Punkt. Uncool. Sollte jetzt nicht eine Überraschung eigentlich noch mal an. Ah, der ist auf dem Punkt. Oh, Ulti. Genji ist oben. Äh, eigentlich, Genji ist, äh, tot wegen dem Turm. Ey, Soldier ist da in dem Haus. Hab ihn. Alle laufen dem hinterher. Der ist tot, Leute. Ihr könnt wieder gehen. Hä, wer ist auf dem Punkt? Ein Hanzo. Ein Hanzo. Jetzt nicht mehr. Das Geschütze ist kaputt. Sag was, mach mal wieder heile. Loll. Genau, als die Barriere runterging, hab ich auch noch ein Pfeil losgeschickt. Danke. Fera ist so ein Easy Hero. Guck mal, ich drück nur. Klick nur auf eine Stelle die ganze Zeit. Super Video. Ja, aber du kannst aber ja auch anders spielen. Ah, Hanzo kommt gleich von rechts. Hört sich an wie Genji. Ja, aber Hanzo kommt hier auch lang. Ne, Hanzo ist da vorne. Wie viele Hanzos haben die denn? Es gibt zwei Hanzos. Oh, Reinhardt ist auch ein Wuss. Nicht mehr. Soldier ist auch da hinten. Oh Gott. Von rechts kommt irgendwie ein Genji. Nein! Okay, ist weg. Oh, jetzt kommt die mit nach Hörer. Weil die gesehen haben, wie gut ich bin. Kommt 15 Sekunden. Och, Mei. Okay, mich hat er nicht erwischt. Nice. Okay. Oh. Mei. Was soll das denn? Da sind zwei On-Spot. Ja, ich bin tot. Ich kriege den Punkt jetzt in keiner. Oh, nice. Der Reifen von Genji war sehr gut. Mach die Mei, mach die Mei. Mercy, du kannst auch schießen. Ach, danke. Ich werde wiederbelebt. Jetzt noch? Das ist krass. Cool. So gefällt mir das. Garme-Freak. How did you know, wer er was? What? Hau. How. How. 37 direkt Raketentreffer. Überleg mal. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du musst was machen. Ey, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein bei Overwatch. Bis dahin, hau rein. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.